Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StundoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und wir spielen heute den Cheesecake Tycoon. Und ja, wir kaufen uns hier erstmal den ersten Whopper. Ah, okay. Auf jeden Fall esse ich hier nebenbei was. Also, falls ihr irgendwas hört, nicht wundert. Alles klar. Kriegt man denn sein Gate her? Hm. Ah, 15 habe ich jetzt. 25. Aha. Irgendeiner will direkt hier Freund werden von mir. Alles klar. Mich brauchen 100 für einen nächsten Whopper. Das ist ja übelst viel. Hm. Das finde ich geil. Man sieht so die Vorschau von dem Ding. Finde ich gut, finde ich gut. Mann, ich will jetzt 100 haben. Joa, ich hab 100. Bamm. Joa, das nächste kostet schon 500. Alles klar. Ah, der macht da jetzt so Dinger rein. Ah, das sind noch leere. Ah, hier kommt jetzt ein... Nein, besser. Hm. Was? Da kriegt man mit. 20. 20 kriegt man da mit. Joa. Das ist geil. Förderbahngeschwindigkeit machen wir mal hoch. Ja, komm, um 77 Dollar machen wir nochmal hoch. So. Dann kriegen wir nämlich schneller Geld. So. Let's go. Schneller. Sag herrlich. Ich baue die nochmal aus. Jetzt muss die ja übelst schnell sein eigentlich. Egal. 1.000, 5.000. Ah, die Maschinengeschwindigkeit kann man auch höher setzen. Aha. Mann, wie lange dauert das denn? Spielzeit. Ah, jetzt habe ich 5.000 Dollar. Ne, ich will mir keine Wand. Das ist das. Ah, der macht den Rand. Okay. Ein Backofen. Ein Spender. Okay. Ein Kühler kostet 5.000. Jetzt habe ich nämlich auch ein bisschen schneller Geld. Joa, ich mache 100. Ja, 100 irgendwas mache ich. Das ist geil. Dann können wir hier mal eine Wand setzen, ne? Und ein Zeder. Ah, 110 Dollar mache ich pro Dings. Aha. So. Perfekt. So haben wir auch mal erhöht. Ich frage mich, ob das irgendwas bringt. Ah, weil geil. So. Okay, täglich. Okay. Ah, 183 Käselkuchen und dann kriege ich anscheinend irgendwas. Ja, gut. Das ist halt sehr teuer, aber mache ich einfach auch mal. Ah, Quests sind das praktisch. Okay, ich verstehe. Normalerweise müsste ich jetzt auch so schnell Geld verdienen. Egal. Ich habe mir mal eben eine Flasche geholt. Zum Trinken natürlich. Trinken ist nämlich wichtig. So, jetzt sollten wir mal wieder hierhin da rein payen, da rein payen. Warte, warte mal, welches? Ja, doch. So, da rein auch gepaid. Was brauche ich jetzt denn noch? Boah, was? Das kostet jetzt mittlerweile schon 1000. Das kostet jetzt noch 137. Okay, Stupe 10. Fassung, 64%. Okay. Okay. 150 mache ich jetzt halt irgendwie trotzdem nicht viel naja hier kann man das maximale kaufen ok mal mal Frage, die ich mir gerade stelle, ist wie schnell nein, egal gut so 1100 okay ähm ja, machen wir wieder die Geschwindigkeit nach der Geschwindigkeit machen wir das das hier ist auch irgendwie sehr teuer, muss ich sagen, ne 169 machen wir jetzt, okay so, Stufe 4 so, was ist jetzt hier am günstigsten tatsächlich das hier ja, dann kaufen wir uns gleich mal das, nee, jetzt kann man das kaufen, ja das ist halt noch relativ billig so okay das kann ich nicht holen, ne da brauche ich Premium für okay, so okay, so Quiz geil, ich habe eine Aufgabe abgeschlossen wenigstens eine Sache wir kriegen auch gleich 48.000, ne der ist schön, also das Geld schmeckt dann okay zack 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 naja, da können wir sogar nochmal einmal erhöhen geben sie mir das Geld oh, schnappszahl zack, so äh, quest äh, noch 9 noch 8 noch 7 warum ist das denn jetzt auf einmal teurer 55.000 zahlen wir jetzt schon 4 4 3 2 1 und 0 bam wir sind reich geworden was war als erstes kaum ist Hühler was kann ich denn da kaum ne Wand stark so 10.000 rein da Packer so, jetzt haben wir jetzt haben wir hier einmal alles jetzt können wir noch ein bisschen rein fällen in das hier oder oder was für eine Gesichtsanimation ich will hier nichts anmachen hallo, ich seh mein Geld nicht ach, 4.000 hab ich nur noch stark ich bin einfach arm geworden so warte, wie viel mach ich denn jetzt fast ein Tausender mach ich rein da okay, das ist stark zack 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 okay, das ist stark wir können jetzt einfach die ganze Zeit hier rein äh, payen okay, Leute, ich würde auch sagen das war's mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Liken, ein Abo und ein Kommentar da schaut außerdem auf meinem Discord-Dopper vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt aktiviert die Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst ab dem Traum auf den Park hau rein und euer Sandro ciao tschau Bis zum nächsten Mal.